So, und schaut mal, das ist der Fritz. Wir haben uns gerade erst kennengelernt und der Fritz schmust wie verrückt. Also er ist ein echter Schmusekater. Ist schon ein bisschen älter. Fritz ist ca. 10 Jahre alt. Er hat ein paar gesundheitliche Baustellen. Er sieht auch nichts mehr. Also man muss jetzt ja gerade ein bisschen aufpassen, dass er nicht rausfällt. Aber er ist ein super freundliches Tier. Kater Fritz sucht eine neue Familie.